Hallo und herzlich Willkommen zum Wettbasis Daily Punt. Heute vom Freitag, den 21. Oktober 2022. PSG ist im Einsatz. Heute Abend in der französischen Liga zu Gast beim Aufsteiger Aschassion. Für mich eine klare Favoritenrolle der Pariser, auch wenn es zuletzt nicht mehr ganz so rund lief bei ihnen. Rumor ist in der Kabine, viele Unstimmigkeiten um Kylian Mbappé und Neymar. Dennoch haben sie die Qualität, dieses Spiel zu gewinnen. Ich sage sogar, Paris gewinnt das Spiel mindestens zwei Toren Unterschiede. Deswegen mein Tipp, PSG minus 1,5 zu einer Quote von 1,85. Das ist mein Tipp vom Freitagabend. Haut eure Tipps gerne mal in die Kommentare rein und ich bin mir immer sehr, sehr gespannt und wünsche euch schon jetzt ein schönes Wochenende.